Ok Leute, jetzt sollte der Ton ja endlich hinkommen, zumindest klang es gerade in der letzten Episode so. Und wir werden mal gucken, was da so heiß und würzig ist. Oh nom nom nom, those monkey burgers were delicious. Boah! Oh Redbeard. Stimmt, wirst du ja auch gar kein Gesicht. Fällt mir gerade erst auf. Indeed, and we now have enough gold for our hunt. Sehr unpointiert. Das sind, ja anscheinend sind ich auch noch. Dann schicke ich mal einen los und mal gucken. Ich vermute die Schieße mit Giftpfeilen. Aber sie sind auf jeden Fall mit einem... Das ist Green Stuff. Nicht so schön. Ich werde dir spielen. Die Aztiken arbeiten nicht so viel mit Tricks, dafür mit Giftpfeilen. Was auch nicht so sonderlich nett ist. Und die Zauberbeheilheiten auch Gift. Also irgendwie stirbt eigentlich alles innerhalb einer bestimmten Zeit gegen die. Da habe ich mal noch eine dritte Arbeiterin ran. Und den Heilzauber. Ich denke mal der schadet sie nicht. Okay die können chargen. So ran stürmen. So mein treuer Axtwerfer. Ich ziehe mal voran. Okay die Goldsummen sind ganz anders als im zweiten Teil. Weswegen es gerade etwas schwierig für mich ist. Das zu stellen ob es günstiger oder teurer am Ende ist. Ah ok. Vier passen in eine Goldmine wie es aussieht. Oder sie gehen einfach zufällig zu einer weiteren. Hallo Jaguar. Und hallo Mana Upgrade das ich garantiert gebrauchen kann. So wie es momentan aussieht. Ja was ich sehr gut gebrauchen kann wie es aussieht. Denn anscheinend werde ich sowohl den Blitz als auch den Hals. Das habe ich ja ein paar mal öfter benötigen. So ihr mutigen Rappen. Äh. Doch ja mutigen Rappen. Ne. Reckend. Reckend war das wort was ich gesucht habe. Verzeihung. Rappen waren Pferde glaube ich. Äh. Doch ja Rappen müssten. Müssten Pferde sein. Oh. Schilischoten. Ich habe so das Gefühl ich weiß was unser Ziel sein wird. Hehehe. Kill kill kill. Was sagen wir wenn ich die jetzt gerade Klischee Chinesisch lese. Aber äh. Dieses. Hintereinander erinnert mich an irgendeinen schlechten Film. Wow. Das sind nicht gerade wenige die da gerade ankommen. So den erstbesten schnell erledigen. Bitte, bitte halt irgendwie der Gegenheilung. Wow, man kommt gar nicht an. Die Jaguar-Krieger sind das kleinere Problem gerade. Trotz des steten Stroms an Soldaten, den ich hier nachliefere, hat das Sklaven nämlich gerade ziemlich arg zurückgedrängt, aber wenn es gut läuft, sollte ich jetzt eigentlich damit eigentlich durchkommen, wenn ich mir genügend Nachschub sorge und nicht zu viele Giftzauber kommen. So, Vorsicht Zauber. Dass ich den direkt drauf gehen und Heiliger Wikinger Zauber, der einfach keinen Namen hat. Ich zeige unter mich und bin beleidigt. Oh nein, mein Tempel! Gut Job, Zemli! Defeating those crazy natives! Also, Wachensprüche sind schon ziemlich übel. Love's Buddle! Ja, damit war's das auch für diese Folge Hot & Spicy. Ich sollte mir die Folgen-Namen mal notieren, also die Missions-Namen mal notieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Gehabt euch wohl! Euer Zemlin Gefallen Track Schö你看 euch also ganz merchandise! Das war sehr einfach!